Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit einem neuen Tutorial zu den Special Effect Make-ups, die ich euch jetzt so ein bisschen zeigen möchte. Und ich habe gezaubert, ja, einen wunderschönen Cut mit viel Blut, 3D, wo die Haut auch wirklich aufgerissen ist. Und ja, wie ich das hier hinbekommen habe, das seht ihr im folgenden Tutorial. Also bleibt dran und viel Spaß beim Schauen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen, wie man so einen realistischen Cut hinbekommt. Ich glaube, mit ein bisschen Kunstblut, flüssigem Kunstblut, sähe das noch viel ekelhafter aus. Ja, das muss ich mir aber erst noch zulegen. Aber bis dahin, finde ich, geht das auch ganz, ganz gut. Es sieht auf jeden Fall super ekelhaft aus. Und genau so soll es ja auch sein. Also, wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann gerne Daumen hoch. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020